Moinsen Freunde in der Sonne! Heute unterhalten wir uns mal über Triple Screen in iRacing, denn die letzten Tage haben mich ein, zwei Leute gefragt, ob ich dafür Simple Runtime Window Editor immer noch benutze oder wie ich das realisiere, dass ich alle Bildschirme benutze von den dreien, die ich habe. Und das ist relativ simpel, denn du musst nichts dafür installieren und du brauchst nichts weiter, du schreibst einfach nur ein, zwei Dinge in die Config. Und dazu werden wir jetzt mal ein, zwei Dinge vorbereiten, denn ich war sehr unklug am Anfang, als ich meinen Triple Screen eingerichtet habe und habe es falsch gemacht. Und davon möchte ich dich bewahren. Und dafür brauchst du folgende Dinge. Also, du musst erst mal deinen Foff ausrechnen. Und das ist ziemlich simpel, das werde ich dir auch unten alles verlinken. Da kannst du dann reingehen, da suchst du dir, kannst du auch einfach irgendeinen anderen Foff-Cake-Relater nehmen. Ich habe die erste Seite genommen, die ich bei Google gefunden habe. Und da gibst du ein, wie groß deine Bildschirme sind. Bei mir jetzt hier 48 Zoll. Dann nimmst du dir einen Zollstock und hältst den mal kurz ans Bild ran. Also, ich würde dir empfehlen, da nicht gegenzukloppen, aber zumindest so ein bisschen in die Richtung. Dann nimmst du hier ungefähr dein Nasenbein, wenn das zu den Augen kommt. Und das haben wir hier, das sind bei mir 85 Zentimeter. Dann trage ich hier meine 85 Zentimeter ein. Dann sage ich, dass ich auf einem Triple Screen unterwegs bin. Und dann musst du nochmal ausmessen, wie breit deine Bezel ist, also der schwarze Rand. Das weiß ich jetzt glücklicherweise aus dem Kopf. Das sind 7 Millimeter. Und dann rechnet er dir den Foff aus, für alle möglichen Spiele. Welchen du aber brauchst, ist der hier ganz oben, der H-Foff. Die Zahl, die merkst du dir. Dann gehen wir nochmal hier kurz in den Calculator rein. Der rechnet dir den Winkel zwischen deinen Monitoren aus, damit du es ganz genau hast. Ich hatte hier schon mal eine Berechnung laufen. Dazu misst du einmal deinen Bildschirm aus, den du brauchst. Das sind bei mir 107 Millimeter. Dann rechnest du die andere Seite, brauchst du nicht ausrechnen oder messen, weil es ist dieselbe. Weil wir nehmen jetzt hier den linken, kannst du auch den rechten nehmen. Also die Seite und die Seite hier rüber. Und dann brauchst du nochmal von deinem mittleren Bildschirm, wenn du die rechte Seite nimmst, die linkere obere Ecke. Und dann nimmst du die rechte obere Ecke von dem anderen Bildschirm und dann misst du quasi einmal so quer rüber die Länge. Bei mir sind das 178, ich habe das hier schon mal eingetragen. Und 107 und 107. Und dann rechnet dir dieser Taschenrechner, sage ich jetzt mal, also Calculator, rechnet dir dann die Winkel aus. Kannst du dann machen. Und dann stehen hier oben deine Winkel dran. Wir haben jetzt Seite A, Seite B sind diese Bildschirme hier. Und da wollen wir den Winkel dazwischen haben. Der steht jetzt hier auf 114,517. Und dazu müssen wir nochmal ganz kurz eine Rechnung ausführen. Und zwar rechnen wir dann aus, wir brauchen das andersrum. Also wir brauchen nicht den großen Winkel, sondern wir brauchen den kleinen Winkel. Also wir nehmen nicht den hinteren, sondern den in der Innenseite. Und der auf der Innenseite wäre dann 180 Grad minus dem Winkel, der da steht. Bei mir wäre es jetzt in dem Moment, ich habe jetzt, also ich kann euch das mal kurz zeigen. Dann nimmst du dann einfach den Rechner. Da gibst du dann ein, 180 Grad minus 114 rechnen wir jetzt einfach. Und dann sind wir bei 66 Grad im Winkel. Und mit dem Pfoff und mit dem Winkel können wir jetzt in iRacing reingehen. So. Und wenn wir jetzt in iRacing drin sind, dann können wir in die Option gehen. Dann gehen wir in die Grafikeinstellung. Und dann haben wir hier oben bei Monitors, kannst du jetzt einstellen, was du hast. Also ob du jetzt ein Triple Screen curved hast oder ein Triple Screen flat. Bei mir ist es jetzt flat. Ich habe jetzt hier 1070 Millimeter eingetragen, weil 107 Zentimeter. Ich habe meine Bezel Width mit 5 Millimeter angegeben. Und bei mir hier sind es jetzt 68 Grad. Ich hatte das nochmal ein bisschen angepasst bei mir, dass die Seiten etwas besser passen. Und dann kannst du hier unten die Viewing Distance reinhauen. Bei mir waren es ja jetzt 85 Zentimeter, also 850 Millimeter. Und hier unten kannst du dann deinen Pfoff eintragen. Warum wir den Pfoff jetzt so eintragen, ist ziemlich simpel. Bei mir hat am Anfang, beim ersten Versuch, irgendwas mit 125 ausgerechnet. Also iRacing selber. Und das hat bei mir dazu gefühlt, dass ich überhaupt nicht richtig in dem Auto drin gesessen habe. Also irgendwie saß ich immer, ich konnte meinen rechten Spiegel an der Seite nicht sehen. Und ich saß immer zu tief im Auto und irgendwas passte da nicht. Bis ich das dann irgendwann mal kontrolliert habe und bei meinem Kollegen Dan Suzuki ein Video gesehen habe, über die Einrichtung, festgestellt habe, dass mein Pfoff völlig falsch eingestellt war. Und jetzt passt bei mir alles wunderbar. Wunderbar. Dann kannst du hier an der Stelle auf Done drücken und gehst wieder auf Done. Und dann könntest du dich theoretisch ins Auto setzen. Also so. Aber dann ist der ganze Zauber noch nicht vorbei. Weil wir müssen noch eine Datei öffnen und in einer Datei etwas editieren. Das würde ich euch empfehlen, nachdem ihr das hier alles gemacht habt. iRacing zu machen. Das machen wir jetzt. Machen wir jetzt nicht. Weil dann muss ich es nachher nicht nochmal extra laden. Wir machen es jetzt trotzdem. Ein Hin und Her und Kreuz und Quer. Wir machen dann iRacing zu an der Stelle, dass er die ganzen Einstellungen erstmal für sich safen kann. Machen folgende Datei auf, die wir dazu brauchen. Dazu gehst du einfach in deinen Dokumente-Folder. Dann gehst du in iRacing rein. Und dort findest du eine Datei, die nennt sich Render.dx11 Monitore. Die machst du auf und dann geht ein Editor für dich auf. Ich weiß nicht, ob du Windows 11 hast. In Windows 11 ist es ein bisschen anders. Aber in Windows 10 wirst du da ja auch hinfinden, weil die Datei ist ja ähnlich. Und hier haben wir folgende Zeilen. Und zwar diese hier bei Display. Und bei Display können wir hier erstmal unsere Auflösung reinschreiben. Das heißt, wenn du Triple Screen 1440p fährst, nimmst du einfach für Fullscreen Height 1440p. Also die Höhe. Und die ganze Videofläche ist 7680. Wir können jetzt mal als Beispiel, nehmen wir uns wieder den Rechner an der Hand für die ganzen Full-HD-Menschen. Das ist dann 1920 mal 3. Das wären dann 5760 für diese Zahl. Oder Full-HD 1080p hier oben für die andere Zahl. Dann kannst du hier auch gerne noch deine Refresh Rate einstellen, wenn du das möchtest. Kannst du aber auch In-Game machen. Also in den Optionen drin. Ich habe das hier alles da reingehämmert, weil warum sollte man das nicht gleich auch hier erledigen. Window Alignment stellst du dann auf 0. Und dann sagst du hier nochmal Windowed High, stellst du auch nochmal auf 1440p. Und dann kannst du hier bei Windowed Width schreibst du auch nochmal 7680 rein. Und jetzt kommt eine wichtige Information, also zuhören. Wenn dein mittlerer Bildschirm der Hauptbildschirm ist, kannst du diese Zahlen jetzt übernehmen. Minus 2560 und Position ist 0. Weil dann geht das iRacing-Fenster in der Mitte auf und der Rest ist an der Außenseite. Wenn du jetzt aber auf dem linken Bildschirm deinen Hauptbildschirm hast, musst du das nochmal anpassen. Nicht vergessen, dafür könnt ihr auch die Zahlen nehmen, die ihr in Simple Runtime Windoweditor benutzt. Die sind sehr ähnlich, die könnt ihr dann runterpacken auf 0. Also bei mir ist es dann halt in der Config gewesen, minus 2500, schieß mich tot und dann minus 11. Also da müsstet ihr dann an der Stelle für eure Zwecke das rausfinden. Ich empfehle nichtsdestotrotz immer den mittleren Bildschirm, weil das viele Dinge einfacher macht an der Stelle. Wenn ihr das jetzt gemacht habt, könnt ihr die Datei speichern und schließen. Also ihr könnt STRG S drücken oder oben, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Oder ihr geht hier oben auf Speichern, dann könnt ihr die schließen. Ich persönlich, ich, aber das bin auch nur ich, ich würde diese Datei schreibschützen danach. Weil bei mir ist es schon ein oder zwei Mal passiert, dass iRacing komplett die Krise gekriegt hat. Und dann war alles für den Arsch. Und alles für den Arsch meine ich, dass mein iRacing Fenster dann am rechten Bildschirm aufging und nicht auf dem mittleren Bildschirm. Das heißt also, wenn ihr das gemacht habt, rechtsklick machen, unten auf Eigenschaften gehen und dann könnt ihr hier einen Schreibschutz reinmachen und dann kann man da nichts mehr ändern. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Ihr könnt jetzt nicht mehr Einstellungen im Game ändern. Ihr könnt sie ändern, aber sie sind jedes Mal, wenn das Spiel wieder neu startet, nicht gespeichert. Weil iRacing kann nicht mehr in dieser Datei schreiben. Wenn dir das egal ist, mach den Schreibschutz einfach raus und dann musst du halt jedes Mal da reingehen und die, falls irgendwas passieren sollte, kann ja immer mal sein, dass irgendwann mal ein Bildschirm ausfällt, dass man gegen Kabel kommt oder weißt auch immer, musst du diese Sachen wieder in der Datei neu schreiben. Also das, was wir gerade gemacht haben dann. Falls dir das nicht egal ist oder falls du das Schreibschützen möchtest, kannst du aber auch währenddessen du diese Sachen änderst, kannst du den Schreibschutz hier rausnehmen, änderst das Ingame, schließt das Spiel, dann schreibt der in dieser Datei und dann kannst du sie wieder schreibschützen. Ist ein bisschen nervig an der Stelle, aber für mich persönlich ist es immer angenehmer, wenn Sachen schreibgeschützt sind. Und jetzt starten wir kurz mal iRacing. So, und wie ihr sehen könnt, jetzt ist iRacing aufgegangen und es ist auf allen Bildschirmen und wir haben keine extra Programme benutzt. Und so kannst du ziemlich simpel den Pfaff einstellen, deinen Winkel ausrechnen, deinen Triple Screen einrichten und brauchst keine extra Programme dafür. Ich hoffe, dir hat das geholfen. Für mich war das am Anfang auch ein bisschen viertelig und musste mich da auch ein bisschen reinarbeiten. Glücklicherweise gibt es Menschen wie Dan Suzuki, die schon viele Jahre das hier machen. Und man zumindest da ein bisschen was lehren kann. Und eventuell hilft dir das jetzt auch, um genau diese Probleme nicht zu haben. Vielen Dank, dass du dir das Video angesehen hast. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Und du kannst jetzt im Triple Screen fahren und hast keine Probleme mehr und benutzt nicht irgendwelche extra Programme dafür, um das alles an den Schlüssel zu kriegen. Schreib mir doch mal einen Kommentar, ob alles geklappt hat. Das würde mich sehr freuen. Und ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Fahren. Und dann haust du dir noch ein Däumchen rauf, hoch oder runter und lass es dir gut gehen. Bis zum Dancen. Tschüssi. 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 T surrounding� cidade choose.